Warum sind Sie in unser Haus eingebrochen? Wieso wir? Weil du mich gerufen hast. Was wollen Sie? Ich will, dass du mich willst. Wie eine liebende Ehefrau ihren Mann nun mal will. Ab jetzt gehörst du mir. Der, der weiß, wann es sich zu kämpfen lohnt und wann nicht, wird immer siegreich sein. Verweigere dich mir nicht. Liebst du sie, deine Frau? Niemand sonst außer du und ich. Nur wir. Bevor das Wochenende vorbei ist, willst du mich auch. Ich will dich an, bitte nicht. Erinnerst du mich an dein Geläbde? Wieso tut er uns das an? Stich ihn ab! Das wird ein sehr spezielles Wochenende. Ich bin der perfekte Ehemann, wenn du die perfekte Frau bist. Ich bin der und ich nicht in die Zukunft. Und ich bin der 바�m Food.